wir wollen machen scheiße auch gehen mit nach unten ich guck mir das von unten an ja 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 das war zwei Gleitungen wir gucken auch mal weiter Alter muss das schreiten dass er schreibt unnötig das ist richtig unnötig komm mit mir ich geb die Datenbank nachher noch an den Hexen.de weiter, die haben dort auch alle gewonnen da war das denn? Deine Statue ist fertig Tatsache, deine Statue ist jetzt geboren das hat sich jetzt gelohnt hey, ich bin fertig total schön Awww hat jemand noch ein Sekt oder so? echt mal, ist doch noch gar nicht Neujahr hier ich laufe einfach die ganze Zeit hinterher und spawne immer noch welche ich könnte vielleicht noch ein paar Screenshots machen, mein Hexen ist gerade abgespielt ja, ich glaube jeder macht das auch nicht Screenshot ja, ja, ja ja, ja, ja ich bräuchte nur einen Turm, ich würde das sogar aufnehmen, aber dafür ist der scheiß Winkel da hier, die haben dein Skin gut gekauft, ne ja, aber sowas von bisschen, bisschen gelb sucht aber sonst geht das ist ziemlich kompliziert Alter, was machen die denn alle? warum schreiben die jetzt noch gegen Schall? ja, das wäre natürlich lustig ja, natürlich das wäre natürlich lustig ja Metro, ich will ein Block von dir das ist ja geil ich brauche einen Halsschirm ich kann das selbst nicht sehen, weil ich Raketen spawne, ey da guckst du die an oh, warte die wie Spamblock nicht mal raus Party nein, wer gut was luckweil kann man das vom Baum aus sehen? ich will das aufnehmen ich finde die Idee geben, die Creator von euch zu geben gar nicht mal so scheiße das hatten wir noch mal nee, lieber nicht, bitte nee, nee, die können ja dann alles zerstören ich will ja nur hochfliegen warum mit meinem Block hoch? kann man nicht slash eben slash flypommes ja, eben slash fly wäre was anderes könnte allen fly geben glaube ich ich finde es sollte im Servershop signierte Autogrammblöcke geben Autogramm-Card Autogramm-Card nur Fechtgeld natürlich 5 5 3 5 5 wie war es denn?」 5 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 wir wollen ja ich bin echt in die mitteilung im rohr mit einem hohen prüfen das spieler sind alle schon bereit in welcher so haben aber mehr und nun und das ist ein Tier das kann glaub ich nicht mehr lecken Metro Stehen beim oh pusscheiiiit leucht doch total flüssig Ich vergaßt, bei mir leucht es auch total flüssig Leucht mehr fast denn? Ja, Leucht mehr fast, denn? Leucht mehr fast, da kommt voll ganz gut Leucht mehr 30 FPS Voll Leucht mehr leuchtet? Gar nicht. Oh, Stände. Nein, gar nicht. Nee, ich hab 14 RPS. Sollen wir das mal ne Runde aufnehmen? Noch? Okay, bin dabei. Ich kann es ja noch auf dem Blockbude setzen. Hey Sven, kannst du mir mal im Block irgendwie ne Höhe setzen? Damit ich mir diesen passenden Winkel habe. Ey, ich hab ein Hexical Diamond. Ich hab zwei. Ich hab zwei. Das ist so schön. Und wenn sie den verkaufen. Ach, ich stell's mal direkt neben mich. Ach, hier gibt's noch. Ich hab, 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 ich hab' mir. Ich hab' mir, ich hab' mir, ich hab' mir selber Geld an. Nein, ich hab' meinen Geld an. Nein, ich hab' mein gekauft. Ja, das ist toll. Ich hab' das schön. Will das neue Wege mit auf einem Liedernweg da? Ich bin gar nicht da. Du, 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 du. Du, 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 du. Kann es sein, dass Bonji aufgehört? Ja. Ich tröste dich, ich nehme alles auf. Tom? Ja, Klaus? Ja, das klotzte so. Ja, das ist langweilig. Ich hole mir noch ein Bier. Prost. Prost. Mein Monster ist leer. Ich glaube, ich bin zugebaut worden. Ja. Hey Flash, aber nur, wenn ich im nächsten Beitrag mitmachen darf. In welchem? Es gibt es nicht. Doch, doch. Bei meinem nächsten Let's Play, da muss ich mitmachen. Oh. Ja, ja. Mir wurden gerade zwei Big Backpacks hinzugeworfen, da ist ganz viel Zeug drin. Also ich muss schon sagen, die werden dir jetzt verdammt sehr viel nützen. Ich weiß, aber es fühlt uns trotzdem schön, dass ich sie gefangen habe. Ja, jetzt muss ich unbedingt noch für diesen Moment eine Erinnerung an jemanden. Anders, es läuft doch kurz die Schilderwand durch. Okay. Schön schön. Oh, oh, oh. Knack. Jetzt sind alles in die Luft gesprengt, oder wie? Hilder, mal die Western-Klucks. Äh, tut mir leid, dass ich jetzt gerade jetzt so viele neue einloggen hätte. Tut mir echt leid. Bestimmt ein paar gute Kerle drunter. Oder Mädels. Äh, wenn kannst du aufhören? Erstens, das weiß man nicht. Und zweitens, kann mir auch sagen, dass nicht die ganzen gebannten Arschlöcher sind. Es wird Tag, kann man eine Nacht machen, dann sieht man es besser. Kann man eine Nacht machen, dann sieht man es besser. Wui. Ja, es macht noch. Ich gehe mal von grünen Menschen aus mir. Ja, das ist manchmal ein Fehler. Ich wechsle mal kurz, weil wir nicht so auffliegen. Ja, genau, mach das jetzt. Mütrich würde mich an deiner Stelle in so ein Wien stellen, dann könnte ich sogar in so ein Wien laufen. Oh, bei kostenlosen Schilder sind nur Kobbezonen drin. Das glaube ich. Bei mir gibt es Cookies, ich habe noch Cookies, wer will Cookies? Ich habe zwei. Beeren. Goldene Äpfel. Aua. Ich wurde gerade abgesch... Abgesch... In der Eingriff sind auf jeden Fall noch Schilder drin. Ja, von diesem... Hey, hey, Elfie. Lauf! Ben... Ben Kinnon. Also Leute, wie das die Kleine hier zu sagen kriegt. Tschüss, macht's gut, bis zum nächsten Mal. Und der Kanzung, wo... Wo wird gerade... Wer... 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 Oh Gott. Tut da jemand manuell... Die schießen? Ja. Ich wollte schon sagen. Der hat aber aufgehört, oder? Boah, nee. Nee, geil. Okay, dann musst du entfallen. Vielleicht. Komm. Sag mal nochmal, wo... Ja. Wie heißt eigentlich der YouTube-Kanal? Hab ich keinen, mehr hab ich doch gesagt. Achso, oh. Wo kann man denn hinter die Welpen downloaden? Hat's auch ein Keks? Ach, wie? Oh, Leute. Keks? Wo kann man die Welpen später downloaden? Ja, Leute. Auf der Homepage stand. Ja, Leute. Ich würde vorschlagen, vor dieser Pin-Band machen wir später noch ein Gruppenfoto. Achso nicht. Haben wir doch schon. Das ist doch schon passiert. Hey, mich trotzdem überlegt, die Maps hinter den Ash-Fly-Link zu packen. Wer hat mir denn eine Cookie gewinnen? Ich hab auch ein... Oder vielleicht gleich hinter drei. Das war Mia. Was? Was? Oh, sie schießt irgendjemand mit einer Motorstelle. Ich hab der Cookie zugeworfen. Metro schießt mit Granaten. Ich hab auch Cookie. Ich hab auch Cookie gewonnen. Da ist noch nie von dir. Ich hab auch Cookie von Metro. Aber das geht sich jetzt nicht mehr aus. Ich kann's nicht mehr essen. Ich auch nicht. Oh. Oh. Daffi, du hast was an Glück. Ich kann nicht mehr essen. Ich kann kein Scherz setzen. Jawoll. Oh Gott, jetzt wird's nicht mehr. 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 Oh Gott, jetzt krassen sie alle komplett aus. Weißt du, wie geil das aussieht? Boah, bei mir, ich hör die Töne nur so ein Stückchen weiter. Ich will Cookie, ich komme. Ich will Cookie, ich komme. Ich kann leider keinem Effektraketen geben, aber normale kann ich den hier geben. Ich kann mich nicht mehr bewegen. Gehen alle bei mir gerade. Oh Gott, das ist Länge. Alter, das ist Länge. Ich spamm die Cookies gerade von oben runter von dem Dach. Ja, ich bin Cookie, ich steh unter dir. Ey, Jungs, das müsst ihr euch von oben anschauen, Alter. Das ist so geil. Woher die Position steht? Ich bin auf welche. Rico. Hä? Ich bin hier, ich schwede hier oben in der Luft. Hey, wenn jetzt irgendjemand spams oder so an die Leute, die Teamrechte haben, ne? Ey, wieso fliege ich durch die Luft? Ruhe, Ruhe, Ruhe! Wieso fliege ich durch die Luft? Ja, da spielt einer wieder mit seiner Hubschraut rum. Hockeys für alle! Nun ist es soweit. Ich hab noch genug Verkäse. Ich muss ja jetzt einfach alles noch rauskompieren. Wie denn auf einmal erst mal... ... die Rockleben wurden eingezogen. Nein? Ach, egal. Good game. Good game. Ich verkaufe Width of Ancient Rüstung für 50 Millionen. Hahahaha. Alter, das ist meine. Wieso? Wo hat er die her? Dann hat er das Event gewonnen. Ich schieb hier 25, Neo. Nein, das ist sie wert, wirklich. Was bringt die denn? Wenn das meine ist, dann hat die alle Protections auf 1337. Und auf dem Schwert ist dazu noch als Sharpness 150 oder sowas. Beto? Du hast da grad was in den Chat geschrieben. Wir sind 2014. Ist der Server dann wieder ununterbild? Ich versteh's grad. Ist das die Wahrheit? Ja, wir sind uns im Frühjahr. Alter, Junge. Alter, Junge. Alter, Junge. Das ist so geil, oder? 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 Alter, ich hab auch einen Stollen, meinst. Ich hab auch einen Stollen. Metro, gib dir nochmal alle Raketen. Das sah richtig geil aus, nachher. Ohhhh. Jetzt wird sich der runtergefahren. Das ist einfach mit neu gestartet. Das ist einfach mit neu gestartet. Moment mal.